In 1. Mose Kapitel 3 Vers 19 heißt es, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Also Gott gibt Adam den Befehl, hart zu arbeiten, extrem hart zu arbeiten, im Schweiße seines Angesichts zu arbeiten, nicht faul zu sein. Wir müssen verstehen als Christen, dass wir als Männer zum Arbeiten geschaffen sind. Das ist unsere Bestimmung in diesem Leben, hart zu arbeiten, nicht faul zu sein, diszipliniert zu sein. Gott hat uns als Versorger geschaffen. Was sagt die Bibel zum Thema Arbeit? Nun zum einen sehen wir, dass Gott uns eben als Arbeiter geschaffen hat. Besonders als Männer sind wir dazu geschaffen, hier in diesem Leben hart zu arbeiten. Auch wenn wir noch Single sind vielleicht, sollten wir daran arbeiten, ein harter Arbeiter zu werden, damit wir eben ein Versorger sein können, damit wir eines Tages eine Familie versorgen können. Die Bibel sagt auch in 1. Timotheus Kapitel 5 Vers 8, wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Wenn du das nicht tust, dann bist du schlimmer als ein Ungläubiger. Du bist schlimmer als ein Ungläubiger. Du bist nicht auf dem Level eines Ungläubigen, du bist drunter. Zweitens, was sagt die Bibel zum Thema Arbeit? Die Bibel sagt, dass alle Arbeit wertvoll ist. Wir sollten nicht diese Einstellung haben, ich bin nur Müllmann oder ich putze nur oder was auch immer du für einen Job hast. Du sollst keine negative Einstellung gegenüber deinem Job haben, sondern eine positive Einstellung. Denn die Bibel sagt auch, und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Du solltest die Einstellung haben, dass deine Arbeit wertvoll ist, dass du deine Arbeit im Namen des Herrn tust. Egal, was du für einen Job hast, tu das im Namen des Herrn, tu das als etwas Geistliches, auch wenn es nur in Anführungszeichen eine weltliche Arbeit ist. Und denke nicht, ach, ich bin kein Vollzeitler. Es gibt diesen tollen Begriff Vollzeitler für Christen, die vollzeitlich im geistlichen Dienst sind. Als sei das irgendwie was besonders Heiliges. Dabei sollten wir jede Arbeit für den Herrn tun mit der richtigen positiven Einstellung. Die Bibel sagt in Sprüche Kapitel 14, Vers 23, wo man sich alle Mühe gibt, da ist Überfluss. Aber wo man nur Worte macht, da herrscht Mangel. Wenn man nur Worte macht, irgendwie, ich habe keinen Bock auf Arbeit und warum habe ich nicht einen besseren Job und was hat das für einen Sinn? Da herrscht Mangel. Wenn du faul bist, wirst du Mangel leiden. Überraschung. Aber wo man sich alle Mühe gibt, einfach egal welche Arbeit, aber du gibst dir Mühe, da ist Überfluss. Dann wirst du Überfluss haben, Gott hat dir das versprochen. Jede Arbeit ist sinnvoll. Die Bibel sagt auch in Sprüche Kapitel 22, Vers 29, siehst du jemanden tüchtig in seinem Geschäft, bei Königen wird er im Dienst stehen, er wird nicht bei unbedeutenden Leuten dienen. Und hier sagt die Bibel nicht irgendwie, wenn du einen besonders glorreichen Job hast, sondern einfach unabhängig vom Job, wenn du tüchtig bist in deinem Geschäft, dann wirst du nicht bei gemeinen Leuten, bei unbedeutenden Leuten stehen, sondern vor Königen wirst du stehen. Lass mich dir einen Tipp geben. Nimm auf Arbeit einfach mal den Besen in die Hand und putze. Mach einfach mal die Drecksarbeit. Dein Chef wird das garantiert sehen und er wird sich das garantiert merken und dir anrechnen. Und es wird viel wahrscheinlicher sein, dass du aufsteigen wirst in deinem Job. Deswegen mach einfach ordentliche Arbeit. Im Grunde genommen könnt ihr diesen Punkt zusammenfassen als Halt die Klappe und mach deine Arbeit. Drittens, die Bibel sagt in 2. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 10, denn als wir bei euch waren, boten wir euch dies, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Dann verhungere einfach, wenn du keinen Bock hast zu arbeiten. Dieses Konzept eines Sozialstaates, das einfach faulen Bürgern Geld in den Hintern schiebt, ist komplett unbibelisch. Es sollte kein Sozialgeld geben, es sollte keine Sozialleistungen geben. Entweder du arbeitest oder du musst halt verhungern. So einfach ist das. Und hier ist das Ding. Es gibt keinen einzigen wirklich armen Menschen in Deutschland. Gibt es nicht. Die angeblich Armen in Deutschland, die sind einfach zu faul zum Amt zu gehen und Hartz IV zu beantragen. Das ist das Problem. Wir haben Sozialleistungen in Deutschland. Niemand muss arm sein. Das ist totaler Schwachsinn. Und wenn du angeblich arm bist, dann kaufe dir bitte kein Smartphone, kein teures Smartphone, kaufe dir bitte keinen teuren Fernseher und bitte keine Zigaretten vor allem. Und wenn jemand wirklich arm ist, laut der Bibel, dann bedeutet das, dass er gar nicht arbeiten kann. Das Problem ist aber, dass fast alle Hartz-IV-Empfänger sehr wohl arbeiten können, nur nicht wollen. Jemand laut der Bibel, der arm ist, kann nicht arbeiten, weil er verkrüppelt ist, weil er wirklich eine schwere Krankheit ist, für die er nichts kann. Das ist jemand armes. Und der sollte natürlich unterstützt werden von der Gemeinde, in die er geht. Arbeite einfach, halte deine Klappe, such dir einen Job, mach deine Arbeit, mach sie für den Herrn und finde Freude daran, gute Arbeit für den Herrn zu machen und nicht für Menschen. Die Klappe Die Klappe Die Klappe